Zwangs-Normal-Aussuchen Auch wenn es kross gebacken ist? Sündig, nein. Jetzt bist du in der Wüste und du bist kurz vorm Verhoben. Jetzt lege ich dir ein Schweinekross hin. Darfst du es essen? Ich esse es, bis ich nicht satt werde. Isst du es oder nicht? Ja. Okay, bist du jetzt sündig? Nein. Nein, warum nicht? Zwangssituation, ich musste, sonst wäre ich gestorben. Immer vor, verstanden? Also ich habe das nicht so verstanden. Mir ist so wichtig, dass du es verstanden hast. Wie? Ist mir egal, aber dass du es verstanden hast.